Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin daran und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Xinsao im Jungle. Ja, hin und wieder packe ich auch den besten mal wieder aus. Und ich habe heute extrem viel Lust da drauf und somit machen wir das auch. So, lachen musste ich, weil ich angeschrieben wurde, ob ich aufnehme. Ich nehme immer auf meine Besten. So, beide schon mal gewordet. So, des Weiteren in meinem Team habe ich einen Jax auf der Top-Lane, eine Morgana auf der Mid-Lane, Lucien als ADC und Braum als Support. Also schon ziemlich geile Kombo, wie ich finde, wenn wir erstmal ins Rollen kommen. Im Gegnerteam haben wir einen Jarvan auf der Top-Lane, Elise im Jungle, Katharina auf der Mid-Lane, Caitlin als ADC. Und Nautilus als Support. Naja, kann ziemlich spannend werden. Und ich starte selbstverständlich bei dem Gromp. Habe mir den nachfüllbaren Trank mitgenommen und die Machete des Jägers. So, wird auch direkt gesmited. Jetzt warte ich mit der Wehe erstmal, bis die beiden weggehen. So, und teile mich nahezu komplett gegen. Von daher, Xen im Jungle ist schon eine geile Sache, weil man wirklich wenig Leben verliert. Wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte das auf jeden Fall mal tun. Wird ja auch gerne als Noob Champ bezeichnet. Aber mir ist das relativ. Hauptsache man gewinnt seine Spiele. Und es handelt sich ja wieder mal um einen Rank-It. Aber wie ihr sehr schön sehen könnt, Full-Life, Fast. Und gerade mal einen Trank verwendet. So, dritten Hit selbstverständlich auf einen anderen Wolf. So, und das geht wirklich sowas von easy. Ich glaube es gibt nur wenig Helden, wo man genauso schnell und vor allem einfach durch den Jungle kommt. So, und jetzt gehen wir mal den Javan ärgern. First Blood für Nautilus. Das sehen wir natürlich nicht so gerne. Komme ich noch ran? Ach, damn it. So, gehen wir erstmal zurück. Das hat unsere Bottle Ender getrieben. Gut, Javan hat er erstmal gewordet. So. Komm, raus. Ah. Kam ich nicht mehr raus. Doch ein bisschen ärgerlich. War ich gerade rechtzeitig da. Ich hab mir gerade recht gut. Hör den Marsch. Jetzt haben sie sich schon im Early hier in der Wolle. Kann ich ja gar nicht leiden, sowas. Ruhig da unten, dann bekommt er einen Gank und dann legen wir sie alle um. Aber ihm muss cool bleiben. So. Äh, kommen wir nicht mehr hinterher. Okay, aber gut, Damage haben sie erstmal kassiert. Boah, Morgana trifft nur einen Minion. Okay, das war natürlich jetzt nicht so schlau. Na gut. So, mal sehen, was ich gegen das Team dann alles baue. Kann ich jetzt leider noch nicht verhersagen. Mal sehen, aber bis jetzt kommen ja die ganzen Gegner ganz schön ins Rollen. Bei uns noch keiner. Er hat einen anderen Kill. Lucien, da immerhin. 40 Farben, das ist auch okay. Ah, Morgana gegen Kata. Da muss was passieren. Jetzt sind die schon wieder da. Krieg ich doch zu viel. Jawohl, gut Job. So, war doch alles okay hier. Hat sie gut gemacht, die Morgana? So, und ihr habt gesehen, den dritten Schlag. Immer schön auf den großen. Er ließ Botlane. Oh, ich will echt die Mitte campen. Der Sieg ruft. Scheint so, jetzt würde sie echt unsere Morgana lieben. So, und die Vögel, da muss ich auch gleich mal beenden. Oh. Zweier top. Kann ich ihm leider nicht mehr helfen? Wunderschöne So, ärgern wir den Lucien noch ein bisschen, indem wir auch mal einen Good Job Raum schreiben. Okay, und da sind wir wieder im Spiel. Oh, oh, komm mal hoch. Junge, Junge, hier kommst du kaum zum Junglen. Oh, Jaxi-Boy. Da ist die Lise auch schon wieder. Oh, okay. Lol. Lol, was war das? Oh. Ja, da habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Puh. Ist die so doll reinbretzelt? Oh gut, der Lucien, der hat jetzt Probleme da unten, ist klar. Na, Level 8 schon. Es soll geschehen. Für die Elise. Ne, da brauchen sie keinen Follow-up. So. Oh, ne. Wer mit. Nah. Der Geist des Gruners spricht nie. Baute. Au. Mein König. Das war's für heute. Der Lucian scheint echt keine Ahnung zu haben. Ah, der Lucian wird auf jeden Fall reported. Ah, ne. Schreibe mal nichts. Vielleicht spielt der Affe ja wenigstens noch. Kann man zu dem, glaube ich, mal wirklich sagen. So, mein Kumpel Puffi da. Oh, läuft. Okay, die kriege ich wenigstens noch. Und dann, glaube ich, muss ich doch ein bisschen mehr Tanky gehen. Nein, Morgana fällt. Komm, Jax. Ja, die kann gar nicht mehr wegkommen da. Das wäre jetzt Outplay die Hunderttausendste. Ne, schafft es auch nicht. Okay, wunderbar. Bin nicht der Einzige, der dabei gestorben ist. So muss das. So, und jetzt erst mal ein bisschen Magie resi. Gegner-Team sind das ja wirklich... Na gut, die Catelyn natürlich. Aber ansonsten... Elise AP. Katharina AP. Und somit Magic Resist for the win. Jacks geht voll rein. Jawohl, nice. Nice, nice. So, wir wollen nochmal sehen, ob ich den Tower kriege. Ah, Mist, da ist schon jelies. Die Runde danach können wir gerne zusammenspielen. Ich will nur dieses Einranket machen. Mein Kumpel Flo ist nämlich heute auch da. Aber das hier kann sich noch ein wenig hinziehen, denke ich. So. Geh nochmal mit auf die Mitteline. Damn it. Jacks da oben einfach mal so draufgegangen. Damn it. Ja, das wird wahrscheinlich nicht gut enden, die Spiel. Ja. Ja. Der Gegner mit einem Turm zerstört. Ihr Team ist nicht mehr zufrieden. Immer weiter. Yep. Der Gegner mit einem Turm zerstört. Nur Tarn. Ja. 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 So. Mal sehen, ob wir hier auch mal ins Rollen kommen jetzt. Jawohl. Ein Kill, ein Assist. Und juhu. Lucien hat seinen Bot Lane Tower. Man kriegt da einen fetten Report. So, was, so, was. So, was wollte ich denn jetzt bauen hier? So. Jetzt haben wir's. Nee, komm ich auch nicht mehr hin. Schöne Ulti nochmal, aber da kommt die Cutter und kann er aufräumen. So, haben wir's. Und die auch Na, kriege ich ihn Nicht Wird nicht mal inzulendert So Mal gucken Jetzt sind wir Ah, Javan geht schon mit Jawohl, nice Drake, genau Jawohl, da sind zwei Top Das könnte echt So ein leichtes Spiel sein, ja So, weg damit Und da warte ich noch So Fünf Gold noch Ach, da brauche ich gar nicht mal runtergehen Aber er kriegte meinen Decata noch mit Jawohl, die Elises Geschichte Ja, auch Ja, auch So, haben wir sie geacet Tja, Baron alleine machen kann ich leider nicht Aber ich warte gerne auf euch Oh, reißen wir erst mal ein Tauber ein Guck mal, wo die ganzen Gegner stehen Lucien ist ja leider schon wieder Bot Jawohl, jawohl 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 Wird's nicht schlecht Jawohl, jetzt holen sie die Kate auch noch So So, die Scherpe Oh, wunderbar Das sieht Equip-technisch jetzt schon ziemlich gut aus Es soll geschehen Zeit So Warten wir hier mal Gucken Da ist der Jarvan Komm Haha Ah, da kam nicht mehr Ja, da kam nicht mehr Ich hoffe die Gegner reporten den wenigstens So genau Ich muss mich erstmal ein bisschen hochheilen hier Okay Dann nehmen wir den eben Ah Unglaublich So Jetzt wollen wir noch Stärke der Dreieinigkeit Ich denke mal Ich gehe hier doch nicht tank Sondern setze voll auf Kills Es ist unglaublich Duschen sieht man auch 240 Farm Also sowas von wenig Teamplay habe ich noch nie gesehen Toxic Kit nennt man sowas glaube ich Okay er kommt nicht mehr raus Dammit Dammit Und zwar die Morgana auch nicht dabei Und 40 Sekunden noch bis ich jetzt wieder da bin Ist unglaublich Jetzt haben sie natürlich einen Free Baron Wenn sie es vernünftig machen Gut machen sie nicht Und unsere Top Lane push durch Das ist gut Oh boy So Ja So So Jetzt machen wir einen Baron Den machen wir auch zu zweit Okay Aber gesmited gekriegt So So Danach geht noch mal andersrum Lassen wir nicht wegkommen Okay, jetzt stärke der Dreieinigkeit weiter. Und anschließend mal sehen. Drake, Minute dreißig. Na, war gewartet. Oh-oh, Braum. Okay, Quecksilber-Scherb hätte ich nicht. Oh-oh, Braum. Oh-oh, Braum. Okay. So, Leute. Und ich hoffe, das Game hat euch trotzdem ein wenig gefallen. Und ihr schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.